Hallo, hier ist Jamal Musiala und heute beantworte ich eure Fragen. Das hat mir richtig gefallen, weil ich mag malen. Bus bin ich neben... ich hab jetzt nichts zum Teilen. Ich mag Lewis Hermuthen, das kann ich schon sagen. Ich muss kurz darüber nachdenken. Den gegen Wolfsburg war schon... der war... der hat mir richtig gefallen. Erste Frage von Kenla14. Was ist dein Lieblingsfilm oder deine Lieblingsserie? Schwer. Ich habe viele, viele Serien schon angeschaut. Suits hat mir gefallen. Breaking Bad. Gerade schaue ich Silo. Ich weiß nicht, gefällt mir richtig. Aber Filme ist schwer. Das sind viele gute Filme. Interstellar ist ein Favorit, glaube ich, für mich. Nächste Frage von Niki Stiles. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Was richtig komisch ist, aber Mathe hat mir manchmal gefallen. Malen. Malen war sehr gut. Nächste Frage von Lara Gerdon. Welches Song hörst du vor einem Spiel immer? Ich habe meine Playlist, wo ich viele Songs rein tue. Und dann mache ich einfach Shuffleplay. Da kommen immer neue Lieder rein. Oder manchmal höre ich ältere Lieder an. Deswegen ist es immer verschieden, was ich die Woche am meisten höre. Was unterscheidet dich von anderen, dass du jetzt so ein starker Fußball geworden bist? Ich habe immer das Selbstbewusstsein in mich gehabt. Auch immer hart gearbeitet. Und immer den Vertrauen gehabt, dass Sachen werden gut laufen. Und dann immer mit der gewissen Arbeit reingetan, ist es auch dann meistens gut gelaufen. Nächste Frage von Nickzat11. Was ist dein Lieblingsteam in der NBA? Golden State. Ich schaue schon jedes Spiel von denen an. Die letzten drei, vier Jahre. Ich weiß nicht, Curry ist richtig entertaining. Ich mag den Spielen sehen. Es macht mir immer Spaß, ihm zuzuschauen. Wir sind jetzt raus von den Playoffs gegen Lakers. Was richtig weh getan hat. Aber ist okay. Lakers sind auch gut. Nächste Frage von Instagram. Neben wem sitzt du meistens im Bus? Im Bus bin ich neben Yossi am meisten. Weil wir haben unsere Mario Kart Gruppe. Dann ist Yossi hier. Leeroy ist hier. Und dann Thomas ist da. Und dann Leon ist auch da. Dann spielen wir Mario Kart. Leon spielt nicht mit. Er hat Angst. Aber sonst spielen wir alle andere zusammen. Frage von Jameli. Wie lebst du nach einem Zitatspruch, Vorsatz? Ähm. Da sind viele Sachen, was mich so weiter pusht. Oder wenn ich was lese. Oder wenn Mama mir was schickt. Mich für die Woche so ein bisschen motivieren. Aber einen Spruch habe ich jetzt nicht. Frage von Musiala Fave. Ein Rat deiner Eltern, der dir für immer in Gedachtnis bleibt. Schwere Frage. Muss ich kurz darüber nachdenken. Ähm. Ich habe schon viele Sprüche bekommen von meinen Eltern. Aber ich weiß nicht. Einfach so Lockerheit, Spaß haben. Das war immer am wichtigsten. Weil ich tue auch oft Druck auf mich selber drauf. Was ein bisschen zu viel ist. Was mir nicht hilft manchmal. Und die sagen einfach immer den Spaß nicht vergessen. Einfach Kopf freimachen und spielen. Ich glaube, das bleibt immer bei mir im Kopf. Frage von Fischo Benji. Was machst du in deiner Freizeit außerhalb von Fußball? Machst du viel Sport? Du wisst schon alle, dass ich Basketball liebe. Wenn ich manchmal schönes Wetter bin. Und wenn ich zu Hause bin, spiele ich ein bisschen Basketball. Nächste Frage von Twitter. Verfolgst du auch die Formel 1? Und wenn ja, wer ist dein Lieblingsfahrer? Boah. Ich verfolg's nicht richtig. Muss ich ehrlich sagen. Ich war bei Silverstone letztes Jahr. Was richtig cool war. Die Erfahrung war richtig schön. Ein paar Freunde. Ich mag Lewis Hamilton. Das kann ich nur sagen. Nächste Frage von Instagram. Wer war dein bisher schwerster Gegenspieler und warum? Sergio Ramos war ein bisschen überrascht, wie er verteidigt hat. Er hat gut spekuliert und ist gut in die Zweikämpfe rein. Für mich Lucas Hernandez, muss ich wirklich sagen, er ist richtig eklig. Da hat man keinen Spaß zu spielen. Nächste Frage von Instagram. Was ist dein Lieblingstrick am Ball? La Coqueta. Mach ich bestimmt am meisten. Was machst du? Nächste Frage von Instagram. Wenn du auf der Welt hinreisen könntest, wohin du willst? Wohin würdest du gehen und warum? Ich wollte mal San Francisco, Golden State mal spielen sehen. Ja, so viele Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Aber Golden State oder ein Lakers-Spiel anschauen. Ich glaube, das ist, was ich mal hingehen muss. Frage von Twitter. Was ist das coolste Fan-Geschenk, das du jemals bekommen hast? Ich habe mal ein richtig cooles Bild gemalt bekommen. Das hat mir richtig gefallen, weil ich mag malen und mit so einem coolen Background und alles. Das hat mir richtig gefallen. Nächste Frage aus Twitter. Was ist dein Lieblings-Bayern-Trikot auf U-Time? Schwert. Schwert. Dieses Jahr muss ja alle Trikote. Nee, ich weiß wirklich nicht. Ich glaube, ihr müsst mir sagen, was euer favorite Trikot ist. Nächste Frage von Instagram. Welches Tor, das du geschossen hast, ist in deiner Meinung nach das Beste? Den gegen Wolfsburg, der hat mir richtig gefallen. Nächste Frage von Instagram. Deine Mautaschen waren sehr lecker. Hast du noch ein paar andere Rezepte von uns? Ich kann nicht alles jetzt rausgeben, weil ich koche sehr viel. Rezepte, Rezepte. Nein, ich habe jetzt nichts zum Teilen. Nix zum Teilen. Frage von Twitter. Welchen Titel möchtest du am liebsten noch holen? Ich würde gerne jeden Titel holen. Champions League würde ich auch richtig gerne gewinnen. die Bundesliga dieses Jahr. Danke für eure Fragen. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und schlag vor, wer nächstes Mal die Fragen beantworten soll. Bis zum nächsten Mal.